Wo sind denn die Betten? Möbel. Yes. Ich baue mal ein paar Kisten. Greift mich hier gleich was an, oder? Ich höre dich. Aber irgendwie sehe ich dich nicht. Naja. Wir haben schon mal ein Dach sogar jetzt. Machen wir mal zwei Samen. Und dann machen wir da und da noch mal ein Bäumchen. Ich sammle mal so 200. Oder wie weit kommst du mit dem, was ich dir gebracht habe? Ich werde noch ein bisschen was brauchen. Okay, dann ist das gar nicht so arg viel, oder? Äh, nee. Na gut, dann sammle ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Also zumindest, es steht zwar das Haus, aber du weißt ja wie es ist. Ja. Es ist ja nur erstmal das Häusle. Truhen, ein paar Truhen brauchen wir in jeder Basis. Ja, Truhen stehen auch schon. Dafür hat es gereicht. Ich muss zum Beispiel jetzt hier noch so ein kleines Dächle, so ein Vordach bauen, weißt du. Ja. Au. So. So. So, nee. Dann ich das mal weg. Jetzt sehen wir das mal hier. Ja, meine Güte. Die Basis hat sich schon mal gemacht. Von alleine. So, wir haben hier ein Feuer und hier kommt noch ein Feuer hin. Wegen, naja. Fehlen der Voraussetzung. Hier fehlen Steine. Okay, das mit dem mehr tragen ist nice. Ja, ne? Über. Deswegen, da habe ich gleich an dich gedacht. Dem Nico wird es hier fallen. Ja. Allerdings. Was ich allerdings noch nicht kenne? Autsch! Autschen? Ja, die Baumstämme. Ah ja. Hauen mich. Nur, wenn es nur die Baumstämme sind. Weg damit. Weg damit. Jeewee. Baumfreie Basis. Wichtiger als alles andere. Hallo. Warum habe ich so wenig FPS? FPS? Das sieht echt... Scheiße aus. Du meinst langsam. Ja. Wirklich halt. Mhm. Würde ich immer wieder stehen bleiben. Bleibst du das auch? Und du weißt es nur noch nicht. Was macht denn das hier drin? Warst du mal kurz da? Nöööööö. Wie kommst du darauf? Ich hab's gerochen. Ja. Gut zu wissen. Oh. Federn. Wo hab ich denn Federn gefunden? Aber gut. Vielleicht ist ein Baumstamm auf einen Vogel gefallen. Ähm. Nico? Ja? Hast du Vögelchen weh? Na, nicht mit Absicht. Tannenzapfen. Die pflanzen wir... Alter, 100 Buchen. Okay, raus damit. Mit dem uralten Samen, den kann man nicht pflanzen, gell? Das ist... Nö, nö. Das ist nur dieser Boss-Gegenstand. Hm. Ich muss schon wieder die Axt. Ist das eine Axt oder ein Beil? Eine Axt. Ein Beil ist kleiner. Mhm. Tring-trong. Repariert. Okay, wir haben... Wir haben ein Vergiftungsdach hinten. Also wenn... Wenn einer von uns mal wieder unartig ist, der muss dann in die Räucherkammer. Okay. Ja, ich... Ich hab jetzt hier halt... Wegen dem Bonus, den du ja bekommst, wenn du... Ähm... Wenn du... Was denn? Ich... Die Baumstäppe greife mich an. Achso. Alles gut. Ich wollte nur sagen, du bekommst ja einen Bonus, wenn du... Ein Lagerfeuer in der Nähe hast, wenn du schläfst. Und den habe ich uns halt gerade nur dazu geholt. Ah, okay. Aber deswegen entstand jetzt da hinten eine kleine Vergiftungskammer und das sollte nicht so sein. Aber es ist halt einfach nur... Ja, es ist ja nur ein Lager so nebenbei. Das mit dieser Handwerksstation ist doch echt... Brauchst du wieder eine? Ja, ich... Wir haben manche Ecken, wo ich eine Mauer reparieren muss, wo einfach keine steht. Ich verstehe dich. Okay, ich hab mal einen Spawnpunkt gesetzt. Kann ich einfach in die Ecke eine bauen oder so? Ja. Soll ich nur einen kleinen Vordach machen? Sonst geht die kaputt, gell? Jaja, musst du ja. Okay. Ich geh mal rüber und guck mal, ob ich ein bisschen... Ähm... Für uns was besorgen kann. An Eisen. Ein Strohdach. Aber wenn ich hier ein Strohdach hinmache... Ehe, der Voraussetzung. Achso, ja klar. Ich muss erst die wegbauen. Okay. Gerade noch unser Sumpfcamp markiert. Brauchst du irgendwas Spezielles, was ich mitnehmen sollte? Ähm... Nö. Okay. Ey, kann ich die vielleicht hier irgendwo platzieren? Meine Güte, du. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich sag einfach mal Ja. Ne. Er lässt mich nicht. Was ist denn das, wie ein Babsack? Ei. Eht so. Eht so, ey. Muss ich grad mal gucken, wie ich hier am besten in den Sumpf rüberkomme. Wo ich das erste... Ja, sollte so gehen. ...Lager finde. Wo kann ich jetzt bitte die Mauer hier reparieren? Erforderliche... Ach Gott, nee. Da muss ja so ein Steinmetz hin. Der Nico flippt gleich aus. Ja. Steinmetz... ...10 Holz, 2 Eisen, 4 Stein. Einmal 10 Holz, hab ich auch nicht dabei. Ähm... Ich bin ne kleine... Ach, ne, ne Basis mit diesem fliegenden Viech. Änderst du dich noch? Ja. Ja. Die Mücken. Nein, nein. Diese fliegenden... ...Geister da. Ach, so. Haben wir grad schon gefunden. Schön, dass du hängst. Dankeschön. Hängst. Da, Steinmetz. Ja, jetzt muss ich den auch noch irgendwo platzieren. Ich hab ihn da rein gefunden. Okay. Du weißt ja. Ah, die sind ja... Ja, ja, die sind ja voll gut für die Würst... Würstchen. Für die Würstchen. Würstchen. Für Würstis. Ich will ja kein... Holz. Ach, Holz. Mann, dieses Ruckel-Thema hier. Mhm. Tö. Tö. So was wie ein gerades Dach einfach? Oh, doch. Ne, das sehe ich schon. Also ich hab schon... Fünf Eisen wieder. Wir sollten uns überlegen, demnächst nur Eisenrüstung zu machen als nächstes. Hm. Kannst mir ja sagen, wie viel wir brauchen. Eine Eisenrüstung? Ja. Das könnte ich tun. So, ähm... So doof. Puff, okay. Also für die Eisenschuppenrüstung für den Oberkörper 20 pro, also 40 schon mal. Mhm. Dann Eisenbeinschienen auch nochmal 40, 20 pro. Mhm. Ähm, Eisenhelm, dasselbe. Fangen wir mal mit der Rüstung an. Ja, immer 40 halt. Okay, immer 40. Für dich und für mich. Wie viel haben wir denn? Warte, sechs oder acht. Sieben. Genau, die Mitte war klar. Ja, war ja klar. Das ist immer so. Hui. Ja, also wir brauchen immer 40. So, also 20 für deine Rüstung und 20 für meine. Okay. Ja, 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 ja. Ich kann einen Tannenschössling. Schössling, oder? Ach, das heißt Sprössling. Und Schuss. Und Schuss. Getroffen. Ihr solltet weg sein. Sehr gut. Ich such mal weiter nach Eisen. Also neun habe ich schon mal. Hey. Oh, Alter, der wirft mit Steinen nach mir. Ich glaube, du hängst. Ein Assi. So ein Grauzwerg. Oha. Jetzt hast du es mir zurückgegeben. Jetzt, gell. Jetzt haben wir fertig. Jetzt vorbei. Hui. Hachi. Gesundheit. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm her. Nee, bevor wir weg sind. Och nö, hier ist ein Schleimling. Okay. Gibt es da vorne? Nein. Okay. Also ich glaube, eine Rüstung haben wir sicher. Okay. Ach nee, aber das ist ja... Ach so, baust du es dort, oder? Nee. Nicht? Okay. Wie denn? Ja, indem du halt da so eine Dingsbums baust. Man muss ja mal mit dem Schiff herfahren. Das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Boah ey, ich habe exakt in der richtigen Sekunde, habe ich gerade mein, ähm, wie heißt es, mein, mein Anti-Gift gestartet. Gerade wurde ich vergiftet. Alter, vater. So. Na, 15 habe ich. Ich bin froh, wenn wir kein Eisen mehr brauchen und aus dem Sumpfgebiet rauskommen. Und dann kommen wir zu den Moskitos. Ist mir lieber. Okay. Dann sind wir aber auch schon besser gerüstet und so. Ja, das fängt ja alles immer wieder von neu an, ne? Ja, aber ich glaube, also, die Landschaft an sich, diese Steppe oder was das war, ist mir tausendmal lieber, wie dieses Sumpfgebiet. Ja. Und ich glaube, wenn wir diesen Moskitos mit unserem Schwert einmal gescheitene Nei batschen, dann ist da auch gut. Ja, man sagt ja auch, dass der Boss hier im Sumpf der schwerste sein soll. Na, klasse. Der Rest soll wieder leichter werden. Ui, Alter. Was ist denn Ruck da? Das war jetzt safe. Ah, okay. Ich stehe mir gar nicht dran. Ich sehe das immer. Fermentierer, bist du fertig? Ja, du bist fertig. Oh, jetzt rückt es noch bei mir. Nice. Okay. Da haben wir wieder ein bisschen Meat. Sehr gut. Ich habe ja ein bisschen was auch mit. Ja. Haben wir noch... Ist das doch das Gegengiftzeug, oder? Das brauchen wir am meisten. Ausdauer. Ja, sieben Stück haben wir noch Gegengift. Oh, sehr gut. Ich habe noch ein paar dabei. Also. Was brauchst du nochmal für Gegengift? Ich guck. Ich guck. Jo. Giftwiderstand. Honig, Distel, Nixenschwanz und Kohle. Ah ja, gut. Das geht ja. Ja. Sollten wir eigentlich alles noch parat haben, ne? Ja. Hammer. Sehr gut. Honig sammle ich gerade. Die ganzen Stöckchen sind voll. Mhm. Jo. Aber. Komm, da genehm ich die mir doch. Ich mache mal ein. Leckeres Honig. Ich, dass du gleich wieder überrascht wirst von... Trollen. Boah, das wäre jetzt belastend. 22. Okay. Also, eine Rüstung sollten wir jetzt schon mal haben. Ich habe 22. Achso. Kommen wir da nicht einmal eins aus einem raus, oder? Nee, nee. Leider nicht. Ja, wenn du zwei... Achso, ja klar. Eine Rüstung halt. 20 halt. Ja. Ja, okay. Hier ist nix. Okay. Es kommt halt immer darauf an. Also, es gibt manche, da findest du extrem viel. Bei einigen findest du halt dann nicht so viel. Aber 20 ist schon eine gute Ausbreite, denke ich. Wir brauchen noch eine Troll. Ein Holz. Ums. Was? Ähm. Was war das denn? Achso, ich muss ja noch einen Boden bauen. Ganz kurz, Nico. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ja. Bis gleich. Ich muss ja noch mal kurz,